Was könnten die Gründe sein, wenn Sie Ihre Kinder im Alter ablehnen? Es gibt so eine Stelle in Hadar muss weg. Ich möchte alt werden, um dann von meinen Kindern abgelehnt zu werden. Ich denke mir, der Grund wäre, dass ich bequem geworden bin und irgendwie schlechte Fernsehserien mache. Harald Schmidt war schon im Traumschiff? Lustige Programme. Könnte das passieren, Traumschiff? Harald Schmidt geht anders mit Medien um. Der darf sowas, finde ich. Aber ich sollte sowas nicht machen. Waren Sie schon mal beim Sex sarkastisch? Beim nicht. Vorher, nachher eventuell. Vorher, um Eindruck zu schinden und nachher, um irgendwas wegzureden. Was fürchten Sie mehr, Herr Hadar? Krebs oder ein Publikum, das sagt, der Hadar war früher besser? Doch, lieber Krebs, obwohl die Entscheidung nicht so einfach war. Was ist an Ihnen sexy, wenn Sie nicht sprechen dürfen? Schauen. Ich kann gut schauen. Okay. Was garantieren Sie einem Menschen, der für Ihre Vorstellung im Admiralspalast eine Karte kauft? Dass es spannend ist. Nicht durchgehend witzig, aber es ist so spannend, dass man trotzdem im Raum bleibt. Also fast alle. Jetzt kommt eine Frage, die habe ich kürzlich Ihrer Landsmännin, wenn man das so sagt, oder Landsfrau Sophie Reuss gestellt, die zum Glück hier bei uns war. Was ist das Katholischste an Ihnen? Weil Sie waren Messdiener, Sie haben das ja jetzt die Pressearbeit. Dass ich misstrauisch bin, wenn mir was leicht fällt. Wenn ich was einfach hinschreibe und denke mir, das ist eigentlich gut. Das war jetzt in 15 Minuten war das hingeschrieben und ich denke mir, das kann nicht gut sein. Weil ich habe nicht gelitten daran. Ich hatte keine Zweifel. Es ist einfach so von selber gegangen. Ich glaube, das ist sehr katholisch. Womit haben Sie sich ein Leben nach dem Tod verdient? Mit Zweifeln daran. Ich hoffe, man will mich dann überraschen. Eine Schwingung weiter.